Herzlich willkommen zu unserem Magazin Tipps und Trends. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, so langsam liegt der Winter in den letzten Zügen. Suchen Sie eigentlich auch noch für die neue Saison das perfekte Fahrrad? Vielleicht brauchen Sie aber auch die richtige Ausrüstung, um Ihren Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Bei Hauf in Immenstadt finden Sie dafür das passende Zubehör. Aber sehen Sie einfach selbst. Der Rundum-Spezialist für Forst, Garten und vor allem Zweiräder ist Hauf in Immenstadt. Im Erdgeschoss finden Sie die modernsten E-Bikes und jede Menge Zubehör. Das geschulte Personal berät Sie bei all Ihren Fragen selbstverständlich gerne. Im Obergeschoss warten dann Mountainbikes für Radler, die einen Berg ohne motorisierte Hilfe erklimmen möchten. Top-Material zu Top-Preisen, das überzeugt. Ebenfalls im ersten Stockwerk finden Sie die neuesten Geräte und Werkzeuge für Forst und Garten. Von der Kettensäge über den Rasenmäher bis hin zur richtigen Schutzbekleidung hat Hauf in Immenstadt alles, wonach Sie suchen. Doch hier werden nicht nur neue Rasenmäher oder Fahrräder verkauft, sondern in der angrenzenden, großräumigen Werkstatt auch repariert. Wir schrauben auch noch richtig. Also bei uns wird nicht ausgetauscht, wie man das von den großen Autohäusern kennt. Wir lösen auch Probleme, wo es sonst vielleicht keiner lösen kann. Die Meisterwerkstatt hat für die verschiedenen Bereiche die entsprechenden Fachleute. Sei es ein kaputtes Fahrrad, ein Roller, der nicht mehr läuft oder sogar ein Rasenmäher mit Problemen an der Kurbelwelle. Noch dazu hat man sich hier mittlerweile international einen Namen gemacht und zwar in Sachen Restauration von Oldtimer-Taktoren. Und als wäre das alles nicht schon genug, können Sie auch dreimal pro Woche Ihr Auto zur Hauptuntersuchung bringen. Hier bei Hauf in Immenstadt hat man also wirklich auf alles eine Lösung. Unser schönes Allgäu ist nicht nur für Wanderer eine attraktive Gegend. Auch Reiter sind gern bei uns in der Natur unterwegs. Beim Bauern- und Reiterhof Weber kennt man sich mit Pferden bestens aus. Und ob mit oder ohne Pferd auf Mensch und Tier wartet hier ein ganz besonderer Urlaub. Die Familie Weber in Ruderatshofen hat über 30 Jahre Erfahrung mit Pferden. Erst vor kurzem haben sie ihre neue Reithalle nach modernsten Standards gebaut. Auf der Koppel grasen ihre 25 Schulpferde neben den Pensionspferden. Hier können sie das ganze Jahr über draußen sein. Das Paddock-Trail-Konzept auf Deutsch-Weidewege garantiert eine möglichst naturnahe Pferdehaltung mit viel Bewegung. Fast wie Wildpferde. In der hellen und offenen Reithalle bietet der Reiterhof Weber Platz für 14 Pensionspferde. Dort haben die Tiere Kontakt zu ihren Artgenossen und stehen nicht in dunklen Bretterverschlägen. Eigentlich brauchen Pferdebesitzer sich hier um gar nichts zu kümmern. Das ist Vollpension, es ist alles dabei. Das Futter, das Einstreu, die Box, der Paddock, die werden jeden Tag rein und raus gebracht. Die sind 365 Tage im Jahr draußen. Wir haben extra die Koppeln so ausgelegt, dass auch bei schlechtem Wetter rausgehen können. Und da ist dann alles dabei. Auch die Nutzung von Platz und Halle. Auch Urlauber können beim Reit- und Bauernhof Weber für die Zeit ihres Aufenthalts ihr Pferd einstellen. Außerdem bietet Familie Weber Reitstunden in der neuen Reithalle wie auch in der Natur an. Egal ob Kind oder Erwachsener, Geübte oder Anfänger, hier bekommt jeder professionellen Unterricht. Der Bauern- und Reiterhof Weber ein perfekter Ort für Mensch und Pferd. Fitness, Gesundheit und Entspannung. Das sind die Eckpfeiler des Vitales Fitnessstudios in Magdoberdorf. Ein Studio, in dem sich jung und alt gleichermaßen wohlfühlen. Ob Kurse, Geräte oder Sauna, hier findet jeder etwas, das seinem Körper und Geist gut tut. Angefangen habe ich 1984 in einem kleinen Studio hier in Magdoberdorf und bin dann im September 1990 hier in dieses neue Gebäude gezogen. Angebot hat sich in dieser Zeit etwas verändert. Natürlich von einem reinen Fitnessstudio in ein komplexes Fitnessstudio mit Squash, mit Sauna, mit Massagepraxis. Und hier in diesem Stockwerk der Kraftraum. Im unteren Stockwerk die Kursräume für alle Kurse, die so denkbar sind. Spinning, Pilates, Bodyworkout. Geeignet ist es eigentlich für alle, wobei unsere Altersstruktur eher im älteren Semester liegt, so ab 40, 45 Jahren Durchschnittsalter. Wir haben natürlich auch junge Sportler hier. Die Konstellation aus alt und jung finde ich ganz hervorragend. Gesundheitliche Kurse bieten waren Wirbelsäulengymnastik, Wirbelsäulentraining und dann die Klassiker wie Bauch, Beine, Pond, Bodyworkout, Pilates. Und für unsere Kleinsten, für unsere Kinder, mache ich noch eine kleine Kinderkarate-Gruppe. Karate ist ein Sport, den ich seit ungefähr 40 Jahren betreibe. Die Sauna darf man nicht vergessen, wird sehr gut in Anspruch genommen. Am Abend natürlich für alle offen, auch nicht. Fitnesskunden können bei uns zur Sauna kommen. Bleiben wir noch beim Thema Fitness und Gesundheit. Vielleicht hat sich der ein oder andere von Ihnen ja vorgenommen, ein paar Pfunde purzeln zu lassen. Oft reicht aber der gute Vorsatz allein nicht aus. Ein neues Konzept aus Schweden heißt ITRIM. Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen kann es mit einer hohen Erfolgsrate punkten. Vier von fünf Teilnehmern konnten damit dauerhaft ihr Gewicht senken. Im Allgäu bieten die Fitness- und Gesundheitsexperten von F&P dieses Programm an. F&P steht für gesund bewegen. Unser Ziel ist es, die Menschen in der Region auf ihrem Weg zu einem gesunderen Lebensstil zu unterstützen. Wenn man das Thema Gesundheit anschnimmt, kommt man an der Ernährung nicht vorbei. Und deshalb sind wir froh, mit ITRIM einen Partner gefunden zu haben, der unseren gesundheitlich nachhaltigen Ansatz nun auch im Bereich Ernährung erfüllen kann. Ein Jojo-Effekt gibt es bei ITRIM nicht, weil wir ja das Verhalten ändern. Es geht auch nicht darum, möglichst wenig zu essen, sondern das Richtige zu essen, gesund zu bewegen und die Motivation zu halten. Und dabei unterstützen wir Sie gerne. Rund um ITRIM gibt es bei F&P zahlreiche Veranstaltungen. Die genauen Daten finden Sie auf der Homepage unter www.fp-kempten.de. Obst und Gemüse sind gesund. Das lernen wir schon im Kindergarten. Am besten ist es natürlich frisch aus der Region. Aber wir lieben inzwischen auch die Vielzahl an exotischen Früchten. All das finden Sie im Fruchthaus Stöckel in Marktoberdorf. Dort werden Sie mit frischem Obst und Gemüse verwöhnt. Viele wissen es noch gar nicht. Beim Fruchthaus Stöckel in der Iglauer Straße in Marktoberdorf bekommen auch Endverbraucher Obst und Gemüse zu Toppreisen und in Spitzenqualität. Ein ganzer Stand nur mit frischen, saftigen Bio-Lebensmitteln erwartet die Kunden. Neben Egerlingen gibt es im Fruchthaus Stöckel auch Kräuterseitlinge und Austernpilze. Die Mitarbeiter sind mit viel Fachwissen immer auf der Suche nach hochwertigen und außergewöhnlichen Produkten für ihre Kunden. Beim Einkauf sind der Firma Stöckel gleich mehrere Dinge wichtig. Hier erstens mal auf kürze Transportwege, weil je näher umso frischer. Dann natürlich in erster Linie auf Qualität. Also die Qualität muss passen. Da schaue ich drauf, bevor ich nach dem Preis frage. Es ist ja wichtig, nicht was die Kiste kostet, sondern was drin ist. Wie viel kriege ich zu diesem Preis und was für eine Qualität. In einem fruchtigen Dunkelrot lachen die Kirschen den Koch aus Hopfen an. Zu den Kunden des Fruchthaus Stöckel gehören auch viele Hotel- und Gastronomiebetriebe. Am Nachmittag bestellt liefert die Firma Stöckel schon am nächsten Tag, auch über das Allgäu hinaus. Die Gastronomen schätzen diesen Service genauso wie die besondere Auswahl. Denn eine Wildkräuterkiste wie diese oder gelbe Karotten finden sie nicht überall. Hier kommen sie gerne her, denn die Mitarbeiter des Fruchthaus Stöckel sind erst dann zufrieden, wenn ihr Kunde es ist. Der große Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat einmal gesagt, der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode. Mit anderen Worten, alles ist Mode. Doch wer gern die neueste italienische Mode trägt, ist bei Blickfang in Sonthofen genau richtig. Seit dem Frühjahr ist die Sonthofener Innenstadt um ein ganz besonderes Modegeschäft reicher. Blickfang Mode bietet alles für die Frau. Karin und Kathi sind Kundinnen der ersten Stunde. Sie mögen den kleinen sympathischen Laden in den Räumen einer ehemaligen Glaserei. Was sie noch viel mehr schätzen, ist natürlich die große Auswahl. Hier können Sie in aller Ruhe die Kleidung überwiegend italienischer Hersteller begutachten. Manuela Wiedemann ist eine der beiden Geschäftsführerinnen. Sie will ihren Kunden nicht irgendein Kleidungsstück verkaufen. Persönliche und vor allem typgerechte Beratung schreibt sie ganz groß. Bei Blickfang Mode findet garantiert jeder oder besser gesagt jede ihr passendes und vor allem persönliches Kleidungsstück. Wer sich hier einkleidet, der kann sich sicher sein, dass er so schnell niemanden trifft, der das gleiche trägt. Silvia Meier ist die andere Geschäftsführerin. Die Kundenberatung ist für sie nicht Beruf, sondern Berufung. Mit viel Leidenschaft und ganz viel Spaß geht sie auf die Wünsche von Kathi ein. Sie sucht eine neue Jacke. Diese könnte ihr gefallen. Bei der Anprobe bestätigt sich der Verdacht und Silvia hat schon die passende Handtasche parat. Und wieder einmal verlassen die beiden Freundinnen glücklich ihren Lieblingsladen. New York, Paris, Mailand, London. Das sind mit die wichtigsten Städte, wenn es um Mode geht. Dort zeigen die Models zuerst die neuesten Trends. Doch sobald die Designerkleidung ausgeliefert wird, finden Sie die Outfits schon bei Seefelder Mode in der Salzstraße in Kempten. Mädels aufgepasst! Seefelder Mode gehört zu den renommiertesten Modehäusern Deutschlands. 1975 gegründet ist es heute eine Institution und weit über die Grenzen Kemptens hinaus bekannt. Jede Saison aufs Neue findet ihr bei Seefelder Mode eine handverlesene Auswahl der schönsten Styles. Aus den Kollektionen junger Designer-Labels und namhafter internationaler Top-Marken. So verpasst ihr keinen Trend, ob elegant, urban oder lässig. Berühmt sind auch die Events von Seefelder Mode in Kempten. Genauso wie die Outfits sind auch sie jedes Mal anders und immer außergewöhnlich. Brigitte Seefelder ist immer auf der Suche nach dem Besonderen und voller Leidenschaft für angesagte Styles. Bei der Modenschau zeigen die Models die Riesenauswahl an Woman's Wear, angesagten Accessoires, Schuhen und Taschen. Seefelder Mode, eine der beliebtesten Shopping-Adressen im Allgäu. Seefelder Mode, what else? Ja und mit diesen modischen Tipps möchte ich mich schon wieder von Ihnen verabschieden. Ihnen eine schöne Woche, tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Tipps und Trends. Bis zum nächsten Mal hier bei Tipps. Bis zum nächsten Mal hier bei Tipps.